Ja, hallo liebe YouTuber und weiter geht's hier am Airfield. Und zwar, wir mussten letztes Mal vom Server, das heißt der Typ ist höchstwahrscheinlich nicht mehr da, wir sind aber auf einem anderen Server, der relativ voll ist, wir spielen früh am Morgen. Ja, das seht ihr schon, wenn ihr ein lieber Dave of Peter... Oh, ein Clan mit drei Spielern. Genau, und ich sehe immer noch etwas schlecht, aber der gute Philipp hat mir ein Salimback gegeben, deswegen sehe ich schon besser als vorher. Das heißt, es wird Zeit, dass wir Salimback finden und... Ja, ja, und wir haben einen Plan, also wir gehen jetzt rechts rum. Dave, du gehst in den Tower, ich in die Feuerwache. Dann, wenn du oben in den Tower drin bist und alles durchsucht hast, gibst du mir Deckung, dann gehe ich am Tower weiter zu diesem kleinen Teil. Du gibst mir weiter in Deckung, ich durchforste dort die Gegend und dann hauen wir hier ab. Dann hauen wir ab, Richtung da hinten durch, ne? Okay, dann, ja. Zur Stadt wieder, ne? Ja, und, bist du bereit? Drei. Zwei, eins, los! Sprinten, durchsprinten. Ich geh zur Feuerwache, du zum Tower. Dann gib mir von da aus Deckung. Alter, das ist spannend, ich sehe vor allem nicht so schlecht. Weiß dir besser als vorher, Gott sei Dank. Okay, hier sind immer noch die ganzen Feuerwehrexte. Jetzt haben wir da, sind Barrett. Was liegt hier denn rum? Ich bin in der Feuerwehrwache. Du bist in der Feuerwehrwache? Ja, äh, nein. Hier liegt P.U. Skop. Schau, ganz schön. P.U. Skop. P.U. Skop, ne mit, schuld... P.U. Skop, ne mit, vielleicht passt es ja bei mir drauf. Ein Snappler oder für die Pump, da brauche ich nicht. Was ist das? Weapon Cleaning Kit und immer noch dieser Pilotenhelm. Junge, der ist hier immer noch. Ich muss das. Was haben wir hier, was zu trinken, brauche ich nicht. Okay, ich komme jetzt wieder raus. Weapon Flash Light. Brauchen wir nicht. Hm, jawoll, Sardin. Hammer. Okay, deck mich von da oben. Ich renne jetzt eins weiter. Hier ist hier jedenfalls keiner. Bist du bereit? Ich kann jetzt gerade noch nicht, warte. Ich gucke hier gerade noch, was hier so liegt. Die Notacola, noch nur Notacola. Alter, wie viel zu trinken liegt hier rum. Ja, Junge, nimmst du gleich. Deck mich erst mal. Okay, du bist in der Feuerwehrwache, ne? Komm jetzt raus und renn weiter. Ja. Zu diesem kleinen Häuschen da hinten. Und guck da nochmal nach. Und dann hauen wir ab. Deck mich von da oben so lange. Boah, der Blitz gerade. Ich will nur gucken, ob irgendwo in der Nähe oder irgendwo jemand steht, der mich sehen könnte. Okay, ich verschwinde jetzt gleich auf deinem Sichtfeld hinters Haus, um da reinzukommen. Und ich sehe alles so scheiße verschwommen. Egal, du lebst noch. Nee, du wärst das mal ausprobiert. Boah, ich dachte, da läuft die. Jetzt noch ein bisschen viel. Nee, lass dich liegen. Mach ich auch, ich hab ja schließlich schon ein... Schon mal eh was ausprobieren. Und ne S-K-S. Nochmal Munition, aber die lass ich da jetzt mal liegen. Scheiße, wieder wegwerfen. Welche Munition denn? M4, Handguard MP. Ey, lass die Munition nicht liegen, wenn die für mich ist. Die ist nicht für dich. Das ist, äh, für eine M4 und die ist auch noch leer. Boah, da hat er wieder den Blitz. Hier ist auch Munition für eine M4 und zwar leer. Vermutlich war hier gerade eben irgendeiner. Glaub ich auch, hier liegen nämlich voll viele kaputte Sachen rum, so, äh, Notar-Cola und so weiter. Das haben wir hier, Kugelschreiber. Liegt dir auch noch was. Und ne andere Brille. Ah, nicht das, was ich suche. Weiter, ich muss was trinken. Okay, ich komm dann jetzt raus. Und komm erstmal zu dir hoch, mal sehen, ob das Visier passt. Hoffentlich. Oh, Junge. Ich komm jetzt, deck mich. Junge. Jetzt bin ich um die Ecke. Ja, warte. Ich seh da keinen. Ich renge nicht. Ich renge nicht. Ich renge nicht. Ich renge toll, der Server, der Server kackt ab. Bei mir nicht. Lieg vermutlich wieder am Anfang, bei dir. Warte, ich guck hier nochmal. Hier ist nichts. Okay, ich komme wieder. Ja. Bin gleich da. Ja, ich knippe währenddessen noch zwei Notacola rein. Mach. Drink. Und ich bin gleich im Eingang. Ich bin da. Okay, komm hoch. Mach ich gerade. Erste Treppe. Zweite Treppe. Hier liegen auch noch ein paar Getränke rum. Ich weiß. Und ich bin da. Wo ist das Visier? Ich leg's dir hin. Ah, ich seh jetzt das hier, ne? Ne, Weapon Flashlight. Okay, leg's mir hin. Ab. Warte. Okay, da ist niemand. Okay, dann warten wir jetzt nochmal kurz. Jawohl, ich bin hydrated und energized. Sauber. Du kommst sofort, sodass ich wieder etwas besser sehen kann. Hast du vielleicht was zuerst? Boah, Junge. Was? Da ist Schatten da. Ich dachte gerade eben, das wäre irgendwie... Boah. Hast du gerade auf die Taste gedrückt? Ja. Ah, da ist das... Da ist das Teil. Ja, Mann, es passt! Oh, guck es dir an! Hm, komm her, ich mach kurz ein Screenshot von dir. Das Teil ist zwar, äh, damaged, aber egal. Ich kann trotzdem noch so amelsgut gucken. Wie kann man reinzoomen? Ja, Junge, einfach mit mittlerer Maustaste, glaub ich. Draufdrücken oder... Ne, okay, dann kann das Teil nicht zoomen, egal. Klar kann das zoomen. Nein, ich drehe ja die ganze Zeit das Mausrad. Junge, draufdrücken. Ich drück drauf, nichts passiert. Hey, Junge, wo hast du denn normalerweise zoomen? Keine Ahnung, äh, rechte Taste gedrückt halten. Ja, dann mach doch. Nichts passiert. Hey, Junge, du hast doch normalerweise immer Kimme und Korn, oder nicht? Ja. Ja, damit... So zoomst du jetzt mit dem Ding auch. Ja, ich weiß, rechte Maustaste, um... Dann legt der Zoom, dann legt der Zoom woanders hin, legt ihr das auf Maustaste drücken. Warte, ich gehe mal konfigurieren, deck mich so lange. Steuerung, Zuordnungen, äh, warte. Warte, ich gucke auch ganz kurz. Wo ist es? Steuerung, Zuordnungen, muss auf Infantry Weapons, glaube ich. Ja, und dann mal Visier und Visiermodus jeweils auf die mittlere Maustaste draufdrücken. Drücken, nicht rollen, ne? Jo. Okay, Close. Habe ich das jetzt? Ja. Schließen. Hm. Passiert immer noch nichts. Ey, kann nicht sein. Warte, ich gucke nochmal, ob er das jetzt gespeichert hat. Äh, nein. Wo war das jetzt da? Zuordnungen. Weapons. Visiermodus, mittlere Maustaste, ja. Verstehe ich nicht, warte, ich kann mal gucken, wie ich das noch bei mir habe. Spieleinstellungen. Steuerung. Zuordnungen. Hast du das nur auf mittlere Maustaste und, äh, rechte Maustaste weggemacht? Wie Junge, diese Blitze, äh, ich hab dieses eine Teil weggemacht, dass das stand, und das auf mittlere Maustaste gesetzt, ja. Das kann doch nicht sein. Bis hier außerhalb von mir, hast du auch Visiermodus, mittlere Maustaste? Ja, das habe ich ja gerade geändert. Und auch Visier? Visier nicht, nein, das mache ich dann gleich. Ja, Junge, das mache ich jetzt schnell. Du musst beides machen. Was liegt da? M4 Handguard Plastik, okay. Sind dir doch mal die Stiefel mit uns immer noch die alten Scheißnautschen da? Äh, nein. Oder doch, ja, okay, mache ich gleich. Warte, deck mich so lange. Steuerung. Infantry Weapons. Visier. Ne, ne, mittlere Maustaste ist dann ja schon vergeben. Doch, ist egal, du kannst auf beides. Okay. Schließen, schließen, schließen. Ja, jetzt zählt der so. Mit der mittleren Maustaste. Ja, soll er doch. Und nicht mit Rechtsklick. Nein, ich rede von zoomen, also rein zoomen, also mit diesem Visier zoomen. Verarschen, warum kannst du mal dir nicht zoomen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal, warte, dann ändere ich das nochmal kurz weg. Ich will das nämlich nicht so haben. Äh, Steuerung, Zuordnungen. Versteh's. Entry Weapons. Zack. Das löschen, schließen, schließen, schließen. Okay, sauber hast du das Visier ja umsonst darauf braucht. Erkürtten, wir müssen mal ausprobieren, ob das daran liegt, dass das Damage ist. Dann gehe ich dir mal Mainz gebe. Okay. Können wir machen, schmeiß ich Mainz gerade weg. So. Hast du es aufgenommen gerade? Ich hab Mainz jetzt auch weggeworfen. Ah, ich seh's, das ist deins, okay? Bei mir geht's. Ich probier deins jetzt mal aus. Auf welcher Taste zoomst du denn damit? Ja, mittlere Maustaste. Drauf drück. Auf dieses Mausrad drückst du drauf? Ja. Okay, warte, dann gehen wir mal auf Einstellungen. Also dann gehen wir mal gemeinsam. Konfigurieren, Spieleinstellungen, äh, Steuerung, Zuordnungen, Infinity Weapons und sag mir, was du da alles hast. Also, wie Luft anhalten, sekundäre Maustaste. Mhm. Ist egal. Primäre Maustaste schießen, klar. Visier, mittlere Maustaste. Und Visiermodus? Auch. Welches von beiden leuchtet denn rot? Visier. Okay, warte. Äh, nein, warte. So. Löschen. Okay, dann gehen wir mal weiter runter. Vielleicht ist das was anderes. Mach mal weiter, was hast du? Nee, da kann nichts mehr anderes sein. Ich geh mal auf View. Halte Punkt weiter vielleicht. Äh, wo? Bei Infinity Weapons. Nein, da hab ich nur ein Bild auf. Bild auf, dass einfach wenn du die Maustaste hochziehst. View hab ich hier gerade. View. Da hab ich einfach wegzoomen, wegzoomen, hinanzoomen und hinanzoomen jeweils alles auf Z gesetzt. Auf Z? Hm, da hat sich geguckt mal gerade runter. Äh, nach rechts, nach oben. Das kann aber nicht daran liegen, Alter. Du musst da normalerweise mit der rechten Maustaste dein Visier anvisieren können. Das ist doch nicht normal. Wie hast du das sonst immer mit Kimmel und Korn gemacht? Da ist ein Spieler. Der rennt gerade in die Feuerwehrwache rein. Wo? Der ist da gerade reingelaufen. Der hat das andere Tor dazu gemacht. Gib mir meinen PU-Scope wieder. Dein ist badly damaged. Ich seh da durch den Scheißhaufen. Hier, warte. Ich wirf's gerade raus. Äh, äh. Okay, ich werf deins wieder raus. Jo, ich zieh so lange auf den Tower. Okay, ich geh unten raus. Okay, ich zieh von unten auf den. Ich komm jetzt auch runter. Lass mich mal durch. Warte, ich seh ihn. Schieb. Der ist im Tower oben drin. Töte ihn. Ich warte, die scheiß Laterne ist im Weg. Leck mich. Und die Mauer davon. Okay, dann warte. Ich hab den gerade nur kurz vorbeihuschen sehen. Ich geh nach unten. Warte. Alter, geh mal weg. Geh du weg. Bist ja weg. Ja, ich muss hier noch kurz was ändern. Schnapp ihn dir. Hi, buddy. Das warst du nicht, ne? Nein. Hello. Wow. Hey, don't go. Schieß jemand. Okay, I'm friendly, I'm friendly. I was scared. Hey, 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 now you're friendly. Okay, don't fucking shoot on me. No. Put your gun away, please. Please. Ja, don't aim on me. Ist er da? Okay, nice. Soll ich den abknallen? Ah, fuck. Hey, come on, guys. You're a fucking stupid asshole. Fick dich, ey. Leck mich. Hammer nice. Der hat auch ne Mose. Der hat auch ne Mose. Der hat nen Scope Christine. Ey, ja. Junge, der hat noch nen Salimback dabei, der Wichser. Deck mich. Deck mich. Ich loote den kurz. Okay, mach. Mach. Hammer. Der so don't fucking shoot your assholes. Hammer. Nice. Und jetzt hab ich auch nen richtig geiles Scope. Small Protector Case hat der dabei. Hammer. Okay, ich will den gleich auch mal looten, also... Stell du dich an die Tür, bitte. Mach ich gerade. Mh, der hat mega viel Essen dabei, Junge. Hammer, dafür will ich auch was haben. Hier, ich leg dir das Mortal Protector Case, leg ich dir wieder da rein. Warte, das kannst du dann haben. Äh, warum... Don't shoot at me, you assholes. Boom. Hey, Junge, wenn du mich schon asshole nennt, als Kalb. Jetzt hast du ihn... Jetzt hast du auch mal angekillt. Boah, ich hab erst voll daneben geschossen, weil ich Schiss hatte. Hammer, man. Und dann bin ich so... Ja, okay, ich schieß nicht auf dich, ich schieß nicht auf dich. Boom, boom, tot. Hey, der Mosen. Der Mosen. Mit PU-Scope. Und wie viel Munition hat er für die? Ich hab mir das PU-Scope von dem weggenommen. Ich hab jetzt seins, der hat mein Alters. Ich hab jetzt auch ein Pristines. Alter, der Dreiser Liebwächter mal, wie geil ist das denn? Junge, mach hin, ich will den auch mal looten. Ja, Moment. Äh... Boah, Alter, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.